Ab 12. Juni keine Covid-Testpflicht mehr bei Einreisen in die USA. Sixt hat immer noch Probleme mit der Rechnungsstellung und natürlich Air France hat einen Sale an Punkten, der eigentlich der beste Sale ist, den ich zumindest kannte, bei Flying Blue. Mein Name ist Lars, ich bin hier im Aloft in München. Für euch natürlich wie immer die neuesten Neuigkeiten aus der Welt, der Meilen, der Punkte und des Status. Auch heute wieder denkt dran zu abonnieren, die Glocke anzumachen, zu kommentieren und ein Like da zu lassen. Danke dafür. Heute natürlich München war heute Stammtisch. Sven, ihr heute Abend noch um 18 Uhr zum Augustiner Keller kommen wollt. Der ist einmal über den Bahnhof rüber in die Richtung. Herzlich eingeladen, ich freue mich. Das erste Thema, ja, die USA haben die Testpflicht fallen lassen. Nichtsdestotrotz muss man immer noch zweimal geimpft sein, mindestens. Und ab Sonntag bei der Einreise ist es nicht mehr verpflichtend. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Die Lobbys haben ja auch da sehr viel Druck gemacht. Und man muss einfach sagen, dass es einfach eine Erleichterung ist beim Reisen. Was ist eure Meinung dazu? Fliegt ihr jetzt in die USA, weil ihr keinen Stress mehr habt mit dem Covid-Test? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, I don't care, ich hätte den Test jetzt gemacht. Ob das jetzt 40, 50 oder was auch immer Euro kostet zusätzlich, dann ist es halt so. Ich selber bin ja auch in die USA geflogen mit Test und mit Impfung. Also schmerzlos war es allemal. Aber auf der anderen Seite natürlich auch jetzt ohne Maskenpflicht ist es spannend. Da Lufthansa hat natürlich immer noch Maskenpflicht. Schauen wir mal, wie lange das hält. Gibt ja die ersten Stimmen, die das wirklich massiv genauso fordern, dass es weggeht. Sixt. Sixt hatte ja diesen Hackerangriff oder Hackerangriff, wie man im Englischen sagt. Und bei diesem Angriff gab es ein Riesentowabu. Das Riesentowabu endete darin, dass die EDV komplett nicht funktionierte. Man hat Handmietverträge gekriegt. Das war so wie in den 90er Jahren. Ich weiß gar nicht, wann ich die letzten Handmietverträge gekriegt habe. Und jetzt ist das Problem, dass die ganzen Rechnungen nicht stimmen. Ich hatte ja davon berichtet. Ich habe mehrere Rechnungen auch kontrolliert, selbst meine eigenen von Kunden auch. Also es ist eine Katastrophe. Auto abgegeben am FCT, ist aber dann länger gefahren worden irgendwie. Die Kilometer stimmen nicht. Da sind weniger Kilometer drauf auf einer Rechnung, als das Auto abgenommen worden ist. Macht Gott sei Dank immer ein Foto, bevor ich losfahre. Wenn ich es abgebe und ein Bild rum, kann ich euch übrigens auch nur empfehlen, dass ihr bei beiden Situationen einfach alles dokumentiert. Einmal ums Auto rumgeht, fotografiert und dann, wenn ihr es abgeht, auch nochmal macht, damit es da keine Probleme, Sorgen, Ängste oder Nöte gibt. Ja, dieser F-Up ist eine Katastrophe. Ich habe für Kunden halt, wie ich schon sagte, angerufen. Und jetzt, anstatt die Summe zu reduzieren, haben die sogar noch mehr abgebucht. Das sind über 100 Euro und das kann ja wohl nicht wahr sein. Man sollte sie vielleicht da in Regress nehmen und sagen, hey, meine Arbeitszeit, ich belaste das. Und jetzt sagt ihr, wow, warum willst du dir den belasten? Ganz einfach, wenn ihr ein Knöllchen bei SIX zum Beispiel bekommt oder bei anderen Mietfragenfirmen, dann fragen die ja von euch nicht nur, dass ihr das Knöllchen bezahlt, sondern die sagen auch, wir wollen eine Gebühr haben und die sind teilweise sehr, sehr saftig. Also die Erinnerung dazu, also bei mir, ich habe bis jetzt kein Knöllchen bekommen, ehrlicherweise, aber ich habe von Leuten gehört, die da richtig viel Geld bezahlt haben. Wer richtig viel zahlen kann, ist bei Air France. Bei Air France gibt es im Moment einen Sale, bei Flying Blue, ich habe noch nichts getrunken, schwöre, erst heute Abend und dann auch nur Radler, also nicht, schwöre immer noch. Ja, also 120% Bonus und damit ist das Ganze dann bei 1,30 Euro ungefähr, wenn man das sieht und man kann natürlich auch gucken, dass man da halt auch wirklich von partizipiert. Wie funktioniert das? Wenn man 4.000 oder etwas mehr Meilen kauft, kriegt man 50% Bonus. Wenn man 16.000 oder mehr Meilen kauft, kriegt man 70% Bonus. Wenn man 32.000 und eine Meile kauft, dann gibt es 100% Bonus. Oder wenn man zwischen 50.000 und 100.000 Meilen kauft, dann gibt es diese 120%. Und normalerweise ist ja der Maximumkauf bei Air France 100.000 Punkte, also ohne Bonusmeilen. Und wenn man halt ein Premium-Mitglied ist oder ein Status-Mitglied ist, dann kann man sogar 300.000 Punkte kaufen. Was sollte man noch dazu sagen? Steuern sind natürlich bei Air France, wenn man Float-Tickets kauft, immer wieder auch abgefragt. Israel ist zum Beispiel interessant als Sweet Spot. Warum? Weil das wie Europa behandelt wird. Dann, wenn man halt von den USA nach Tel Aviv fliegt, dann sind das 55.000 Meilen als One-Way. Wenn man Economy Class von den USA unter Hawaii, nach Hawaii fliegen will, dann sind das einfach nur 17.500 Meilen. Das ist doch eine gute Sache. Meilen, die man da auf dem Konto hat, werden nach zwei Jahren gelöscht. Und man kann natürlich durch Non-Flying Activities, wie das so schön heißt, also durch einfache Aktivität auf dem Konto, dafür eine Verlängerung der Meilen sorgen. Ist das ein Angebot, wo ihr sagt, hey, das ist geil, das interessiert mich? Oder sagt ihr, scheiße, Air France fliege ich nicht. Ich selber habe dazu keine Meinung. Ich finde, ich war Air France als Kunde. Vielleicht soll ich mal nutzen. Ich habe hier noch meinen Alitalia-Status, meinen Volare Executive oder wie das heißt. Hyatt. Hyatt hat ein 20% Sale weltweit mit dem Komo-Code Pride. Juni ist ja, wie wir alle wissen, der Monat, wo die Leute ihre freie Sexualität ausleben. Also das heißt für LBQ, ich kriege es leider nicht zusammen. Ihr aber wisst, was ich meine. Und man bekommt halt bis zu 20% Rabatt, wenn man diesen Code benutzt. Es geht über einen direkten Link-Offer oder man kann halt unten diesen Promocode eingeben. Es gibt kein Datum, wo das eingeschränkt ist. Es ist bei Teilen im Hotels über den ganzen Kalenderzeitraum. Ganz, ganz wichtig ist, die Buchung muss vorab erfolgen. Geht nicht bei Civa, Cillara, SLS Hotels, Urkow, MGM und AMR Properties. Natürlich muss man den Code Pride beider Buchung angeben. Eine Nacht Deposit ist wichtig. Also ihr müsst eine Nacht zumindest vorab bezahlen. Und bis zu 20 Stunden vorher kann man diese Rate verkaufen. Man sollte aber trotzdem bei solchen Raten-Schnäppchen immer darauf achten, dass das auch wirklich die billigste Rate ist, weil es gibt auch manchmal Raten, die billiger sind. Und da nochmal ganz ein wichtiger Hinweis an euch. Wenn ihr zum Beispiel Hight Privé-Raten buchen wollt oder wenn ihr einfach Fragen zu Hight habt, könnt ihr mir stellen, auch heute Abend beim Stammtisch. Ja, an dieser Stelle eine kurze Sendung aus dem Aloft in München. Wollte euch trotzdem die News des Tages einfach mal geben. Ich denke, dass mit Amerika da was Tolles passiert ist, dass Amerika wieder geht. Oh, hier ist Insekten, hier ist Natur in der Münchner Innenstadt. Ihr seht ja auch schön die Bäume, die Sonne. Ich hoffe, das Ganze ist nicht zu dunkel. Was wollen wir noch erklären? Abonnier Befehl. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an und denkt dran zu kommentieren und ein Like da zu lassen. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, heute Abend am Stammtisch. Kommt vorbei, ich freue mich euch persönlich kennenzulernen. Und jetzt muss ich wieder weiter. Bis dann. Ciao. Ja. 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 Ja.